Eincampen kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wer Pryo haben wird. Ich könnte mir aber vorstellen, die Nami hat nämlich mehr als Rakan. Gut. So, meine Freunde, jetzt wird es aber wieder Konzentration. Wir haben einen Lissinn auf Toplane ohne Flash. Das ist ja also mehr als nur spektakulär, das mal zu erfahren, dass das wirklich möglich ist. Wir werden jetzt was anderes machen. Wir werden Botlane 1,25 Late Invaden. Aber lasst es bitte nicht den lieben Jilius erfahren, denn der wird darüber nicht sehr erfreut sein. 125 Enemy Red. Müssen wir natürlich erst mal den Chat für anmachen. Der Chat ist disabled und dementsprechend können wir nicht mit unserem Team kommunizieren. Das ist aber relativ wichtig. Also Late Invade Enemy Red. Ich kann leider nicht so schnell schreiben, wie ich reden kann. Das ist echt ärgerlich, weil dann könnte ich meinem Team die ganze Zeit shotgollen, was wir machen müssen. Okay. Ich könnte vielleicht wirklich Marktschreier werden. Da würde ich mich sehen. Also, falls das nicht klappt, Plan B. Einfach auf den Markt schreien und dann ganz schnell mit Menschen reden, sodass sie mich einfach gar nicht verstehen, aber vielleicht dann trotzdem irgendwas bekaufen. Also, Leute. Kuss geht raus an jeden, der mich da über so einen Link unterstützt hat. An die, die vielleicht gar nicht gerade verstanden haben, was denn hier los ist. League of Legends versucht sich am Creator Code Programm. Und das ist gerade der erste Test. Das bedeutet, wir haben so ein Sortiment an Skins bekommen, an dem man sich beteiligen kann. Und wenn ihr euch also Skins kaufen möchtet, könnt ihr zu einem Streamer der Wahl gehen, der bei diesem Test dabei ist. Ich glaube, Tolkien ist auch dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Meine aber schon. Jetzt muss ich mich aber kurz konzentrieren. Der Chat wird euch bestimmt erklären, was das Ganze hier ist. Botlane sollten die eigentlich sowieso nicht starten, fällt mir gerade auf. Wir können jetzt also hier ganz entspannt den Red Buff nehmen und müssen uns jetzt wirklich arg konzentrieren, dass wir hier gut performen. Toplane startet da. Boah, warum habe ich einen Hyping? Was ist denn hier gerade los? Das ist ja wunderschön. Jetzt werde ich noch für den gehen. Sobald meine Botlane gewinnt, haben wir das Spiel gewonnen, glaube ich. Das hier ist sehr riskant, was ich gerade mache. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. 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 Darf der das? Wichtiger vier von meiner Seite aus. Oh nein, das Kill ist da drin. Das ist gar nicht gut. Nice. Okay, jetzt mache ich was Trickyes. Ich gehe resetten und gehe in meine Top-Set rein. Und probiere damit den Jarvan, der in meiner Top-Set jetzt gerade ist, zuvor zu kommen. Ultra gut, was hier gerade alles passiert ist. Ultra gut. Der Jarvan möchte meine Top-Set invaden, weil ich ja seine Bot-Set invadet habe. Das hat er ja mitbekommen. Okay, ist leider schon gone. Der hat die Krabbe noch nicht gemacht. So hätte ich wahrscheinlich gerade nicht invaden sollen. So offensichtlich. Und ich kann jetzt in meine Bot-Set gehen. Top-Lane-Inted leider. Das ist ein Problem. Let's go! 15 Monate schon vor Angst schreiender Smiley. Jarvan ist hier Bot-Zeit, ne? Oder kann Bot-Zeit sein. Deswegen wollen wir da nichts riskieren. Vor Angst schreiender Smiley. Ey, ich danke dir, ne? Sehr lieb von dir. Ah, kann ich leider nicht machen. Jarvan hat Drachen gemacht. Okay. Ich kann Crux machen, wrap das, bin dann Six. Krass, dass der da Drake macht, das ist irgendwie richtig kacke, finde ich. Weil wenn ich das mitbekomme, ist der halt dead. Ja, wobei, die hatten schon eine große Wave-Bot. Okay, ich habe Ult-Up. Jarvan wird wahrscheinlich Top-Zeit sein jetzt. Wir wollen weiter um Bot-Lane spielen, ne? Sehr wichtig. Oder um Mitte, können wir natürlich auch. Nice, wichtiger Kill. Jarvan wahrscheinlich Top-Zeit. Muss ich Top-Wave rauspushen? Muss ich mir mal kurz angucken. Ich glaube schon. Sonst hat er da Probleme. Wobei, die Wave pusht zurück. Und die Sinn soll sowieso unsere Week-Sighted sein. Okay, nice one. Sehr guter, sehr guter Mitte-Gank hier, ne? Gesehen und direkt die bestraft dafür. Wir haben Jilly jetzt jetzt lange nicht gesehen. Also ich weiß nicht genau. Der wird jetzt auch Six sein wahrscheinlich. Und Items haben. Okay. Danke für, danke für den Sub übrigens eben. Drei Sekunden haben wir. Ja, wir werden den Spot-Lane-Dive mit dem, mit dem gleich. J4 Double-Buff. Ah, die haben hier Vision. Wir droppen dafür gerade sehr viel. Nein. Die Kalister ist halt super kacke, ne? Äh, das, was sie gemacht hat. War super bad. Ich hab dadurch sehr viel verloren. Oh, die setzen Harald direkt Mitte. Nami kommt auch. Der hat jetzt natürlich ein CS-Lead dadurch, dass ich, äh, mich zweimal gecrossmappt hat, hat jetzt auch Harald bekommen. Nice. Nice. Nice, aber das Game dreht sich halt um Bot-Lane, denke ich. Ich hab hier die Möglichkeit zu invaden oder gerade meine Camps zu nehmen. Invade wäre auf jeden Fall auch möglich gewesen, weil wir Mitte-Prio haben und Bot-Prio. Wäre vielleicht auch besser gewesen. Okay. Oh, ich kann jetzt auch Bot-Lane. Wichtig. Ich hab ja gar kein Flash. Ich glaub, die Irelia tötet alle leider. Okay. Gut, dass wir den Shutdown nicht noch an Irelia geben. Die hat er sehr viel bekommen. Aber Akali ist halt auch super fett, ne? Lucky. Oh, wichtig. Javan wird demnächst kommen, Nami ist rechts daneben, schönes Ding. Nice one. Oh, intensivist game. Akali kommt halt auch. Ne, 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 ne. Ich hab Stridebreaker, wichtig, dass wir halt den Mittelturm nicht verlieren. Irgendwie fühlt sich das laggy an bei mir. Oh, not good. Oh, wie viel die aushält. Was zur Hölle? Wir brauchen unbedingt Anti-Heal, ne. Super wichtig. Ich muss den Turm deffen, ne. Ah, ist wichtiger. Wichtiger, dass ich den Turm da deffe, als irgendwas anderes. Fersplitter zu. Fersplitter zu. Oh, gut gespielt. Nice one. Gut, dass das gecancelt wurde, eigentlich. Sie sollen den Turm einfach nur halten. Nice. Wir haben Top-Link für Spatrid bekommen, Mann. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt können wir auch den Turm droppen, sonst ist es nicht mehr so schlimm. Well, umslöschen coher. És Enfin, ich weiß es nicht mehr so schlimm. Dann kann ich mich jetzt beim Cortecbett Un executives haben cambi. T 총 mal wieder eine��ite Das ist nicht eben Second. Oh, Gott. Ich flash das lieber. Die will jumpen. Nice one. Ja, jetzt fallen mir den Tor mal wahr. Das ist voll fein. Wir kriegen auch noch einen Kill dafür. Great. Great, 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 great. Boah, ist das so ein intenses Spiel schon wieder. Meine Güte. Das ist aber so intens. Okay. Oh shit, he's dead. Ich weiß nicht, wieso die alle weggegangen sind. Oh Gott. Hier. Das war Shutdown. Die wollen halt für Drake spielen. Wir haben, also ich hab den Java, mir war klar, dass der noch kommt, ne? Aber anscheinend den anderen nicht. Was hat das vorgenommen? Oh mein Gott. So bad. Jump dahin. Nice. Die Kalista ist ultra greedy. Die Face checkt so vieles. Fünf Autotext braucht die. Vielleicht bin ich in time da. Okay. Die macht Drake. Okay, ist schon gone. Brauche ich gar nicht mal mehr hin. Gut, hätte ich vielleicht hingesollt. Ah, konnte ich leider nicht mehr abbrechen. Ich dachte, ich nutze die Chance. Aber das war keine Chance. Bitte geh da nicht rein, Akali. Oh, so viel Shutdown. Diese Kalista, ne? Wenn die mal entspannt spielen könnte. Wenn die den einfach exhausted. Wir sind ja sogar in time da. Und dieser Script da ist so ein ekliger Mensch irgendwie. Oh. So unsympathisch. Okay. Warum hab ich überhaupt Chat noch an? Okay. 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 Schöner Canceller war Ah, ich wollte gerade schreiben, if I int don't chain him Oh I mean, diese Situation ist halt irgendwie durch mich entstanden, wisst ihr Aber sie kann halt auch ganz gekapselt davon betrachtet werden, so Weil, ich habe geintet, ja, war my bad Ich bin da reingeholtet zu einer schlechten Zeit Aber man hätte doch einfach rausgehen können danach Also, beziehungsweise nicht reingehen Eher so Ah Okay Ah, ich komme da nicht in time hin, leider Oh, so close Ärgerlich, Mann Echt ärgerlich Das Game ist eigentlich ein Free Win wieder, ne Eigentlich ein Free Win Aber Callister rennt durchgehend runter und jetzt war meine Ult auch echt schlecht Aber, also, ja, nee Also, ich, ja, war ein Mistake und dann wurde es ein Disaster Ich weiß nicht, ob wir Teamfights gewinnen Ich würde eigentlich schon sagen Okay, verlieren wir Ich weiß nicht, wie ich, wie ich das anders spielen soll, wie ich die hier so Und der Kick war insane Aber ich, also, ich weiß aber nicht Wenn ich halt reinspringe, sterbe ich einfach Die waren gut gewirkt Hm Na, mir anscheinend auch geflasht Gut, der Ping von denen Ich, also, ich weiß nicht, wie ich das anders Ich, also, ich weiß nicht, wie ich das anders Ich weiß nicht, wie ich das anders Ich weiß nur nicht, wenn wir Sideline spielen Ob unsere Callister dann nicht einfach runterrennen Oh Ich weiß nicht, wie ich das anders Ich weiß nicht, wie ich das anders Ja, sehr gut Ja, sehr gut Sehr gut Schöner Catch Ich brauche noch gut was in Cash dafür Jetzt haben wir leider Akali Flash verloren dafür Boah, krass man, krasses Spiel Ja, ich weiß nicht, wie ich das anders Ja, ich weiß nicht, wie ich das anders Ich weiß nicht, wie ich das anders Ich weiß nicht, wie ich das anders Ja, ich weiß nicht, wie ich das anders 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 Okay, guter Fight Schöner Catch Schöner Catch auf die Nami, die waren sehr gesplittet Ich habe jetzt GA ab, das ist richtig gut Und dann gucken wir mal Und dann gucken wir mal Serpents fangen, wäre gegen die vielleicht auch gut, ne? Rumble Schauen Schauen Ich weiß nicht, wie ich das anders Ich habe mir über unser paintedes Dasadesvater Schauen Oder Sol restytyr동en all boiler Wir haben genau, wir haben alles, was wir wollten. So ein, so ein räudiger Inter. Nice. Okay. Let's gooo! Nice Boah, Junge, was ist das für ein fucking Blockbuster Okay Wir hätten da Kali den Buff noch lassen sollen, wahrscheinlich Ja, ich kaufe mir einfach nur eine Potion, weil wir jetzt irgendwas contesten werden Weil wahrscheinlich hätte ich es mir noch nicht kaufen sollen Oh Gott, ey, was ein heftiges Game Na, Kelle ist das sowieso vielleicht Müll Die werden halt irgendwo stehen und engagen wollen Und wir lassen sie einfach nicht engagen Wie sieht Top aus? Ja, Top pusht leider gegen uns Ich habe goldet damit der Damit die nicht wissen, ob Lissinda Gefightet wird oder nicht Und nicht einfach Zu denen kommen Okay Okay Einer hätte top gehen können. Einer hätte. Richtig geiler Kick Richtig geiler Kick Nice one Let's go Alter, was ein Krankes Game Boah Kompletter Banger Wirklich, kompletter Banger das Game Die Nami ist schon Nice Boah Das waren richtig, richtig kranke Teamfights Please stop stalling games Ich reporte die auf jeden Fall Die ist im Early-Mid-Game einfach runtergerannt Weil die nicht mochte, was der Supporter gemacht hat Aber das ist geiler, was der Mann Die Nami ist geiler, was der Mann Und was der Mann Mir Lands